Musik Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von mit offenen Karten. Im Dezember 2019 wurde mit Pauken und Trompeten der chinesische Flugzeugträger Shandong in Dienst gestellt. Denn China verfolgt unter Xi Jinping das Ziel, sich als grösste Seemacht der Welt den USA im strategisch wichtigen Indopazifik entgegenzustellen und vor allem Taiwan mit dem Festland zu vereinen, das rebellische und demokratische kleine China. Den Weg zur Macht bahnt sich China an Land und auf See. Auf den Meeren geht es dabei in allen Richtungen vor. Militärische Anlagen, Besiedlung von kleinen Inseln und Riffen, Ausbeutung der Ressourcen, insbesondere der Fischbestände und das alles unter Missachtung des Seerechts, das Peking auf seine eigene Weise auslegt. Auf den Meeren und Ozeanen, die den grössten Teil der Erde bedecken, gelten eine Reihe von Regeln, die gemeinhin unter dem Begriff des Seerechts zusammengefasst werden. Dieses wurde erstmals 1958 durch die Genfer Seerechtskonventionen und dann 1982 durch das UN-Seerechtsübereinkommen geregelt, das in Montego Bay auf Jamaika beschlossen und von 168 Ländern unterzeichnet wurde. Das Übereinkommen unterscheidet drei Arten von Gebieten. In den Hoheitsgewässern mit einer Breite von bis zu zwölf Seemeilen, etwa 22 Kilometer, kommt dem jeweiligen Staat fast die alleinige Hoheitsgewalt zu, auf dem Wasser natürlich, aber auch auf dem Meeresboden und im Luftraum. Ausländische Schiffe dürfen dieses Küstenmeer friedlich durchfahren, auch Kriegsschiffe, solange sie nicht den Frieden, die Ordnung oder die Sicherheit des Küstenstaates beeinträchtigen. Daran schließt sich die ausschließliche Wirtschaftszone an, abgekürzt AWZ, ein bis zu 220 Seemeilen, etwa 370 Kilometer breiter Streifen, im Anschluss an das Küstenmeer. Dort verfügt der Küstenstaat über das alleinige Recht auf Fischfang und den Abbau von Bodenschätzen, zum Beispiel die Errichtung von Bohrinseln. Wie das Küstenmeer dürfen alle Schiffe die AWZ friedlich durchfahren. Zur Ausbeutung von Ressourcen müssen ausländische Schiffe allerdings die Genehmigung des Küstenstaates einholen. Außerhalb dieser beiden Zonen spricht man von der Hohen See. Dort gibt es keine Einschränkung für die Seefahrt oder den Fischfang. Natürlich ist die Angelegenheit komplizierter, wenn man sich gewissen Küsten nähert, insbesondere im südchinesischen Meer, das sich über eine Fläche von 3,5 Millionen Quadratkilometern erstreckt. Hier sieht man die theoretischen Grenzen der ausschließlichen Wirtschaftszonen seiner Anrainerstaaten und der Hohen See, wie sie im Seerechtsübereinkommen definiert sind. China wiederum stellt das Prinzip der ausschließlichen Wirtschaftszonen an sich in Frage und präsentiert eigene Karten und Regeln, denen zufolge sich seine Hoheitsbefugnisse über weite Teile des südchinesischen Meeres erstrecken, die durch die sogenannte Neunstriche-Linie begrenzt werden. Chinas Seegebiet wäre dort 2 Millionen Quadratkilometer groß, mehr als ein Fünftel seines Staatsgebiets. Mit einbezogen wären die Hohe See und ein Teil der AWZ der Anrainerstaaten. China begründet seine Ansprüche mit seiner früheren Präsenz in der Region. Dazu legt es Seekarten vor, die es in den 30er Jahren veröffentlicht hatte, um sich gegen das Vordringen westlicher Mächte zu wehren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg versuchte China zusätzliche Ansprüche ebenfalls mit Karten zu untermauern. Allerdings hatte sich Peking 1958 durch die Unterzeichnung der Genfer Seerechtskonventionen zu dem Prinzip bekannt, dass sich die Hoheitsrechte auf See aus den Hoheitsrechten an Land ergeben. China verzichtete aber keineswegs auf seine Ansprüche. Es änderte nur seine Strategie und umging die westliche Regel der AWZ. Es besetzte faktisch und wenn nötig mit Gewalt zumeist unbewohnte Inseln und Atolle und beanspruchte anschließend die entsprechende ausschliessliche Wirtschaftszone. Nur erheben auf diese Inseln auch andere Anrainerstaaten Anspruch. Das erste Mal wandte China die Methode bei den Paracellinseln an. 1974 nutzte es den Abzug der USA aus Vietnam, um die Inseln zu annektieren, nachdem es die wenigen dort stationierten vietnamesischen Truppen vertrieben hatte. Ebenfalls ins Visier Chinas gerieten 1987 die Spratly-Inseln, von denen manche von Vietnam, Malaysia, den Philippinen, Taiwan und Japan besetzt waren oder beansprucht wurden. Im Zuge einer UN-Mission zur Überwachung des Meeresspiegels errichtete China eine ozeanografische Station auf dem Fiery Cross Riff, von dem damals nur zwei Felsen bei Ebbe aus dem Meer ragten. Diesem ersten Gewaltstreich folgte die Annexion des Johnson South Riffs in der philippinischen AWZ und schliesslich der Versuch einer Annexion der von Vietnam besetzten Insel Sinkau. 1994 geriet dann auch das Mischief Riff unter chinesische Kontrolle. 2012 schliesslich annektierte China faktisch durch die Sperrung der Zufahrt das Scarborough Riff ein zu den Philippinen gehörendes Atoll, dessen beide Inseln sich bei Ebbe nur bis zu drei Meter aus dem Meer erheben. Um seine Ansprüche zu untermauern, schüttete China ab 2013 an manchen von ihm kontrollierten Atollen in großem Maße Sand auf, insbesondere auf Fiery Cross, und wandelte ohne Rücksicht auf die Umwelt einfache Felsen in regelrechte künstliche Inseln um. Flugplätze mit kilometerlangen Landebahnen, Militärstützpunkte, Hotelanlagen, alles musste für die Rechtfertigung von Chinas Hoheit und damit implizit seine Ansprüche auf eine AWZ herhalten. Die meisten Inseln sind inzwischen chinesische Verwaltungseinheiten und bilden, wie Gegner des Regimes in Peking sarkastisch sagen, eine große Mauer aus Sand. Abgesehen von der Inbesitznahme greift China auch auf seine imposante Fischereiflotte zurück, um Inseln faktisch zu besetzen. Zum Beispiel im Fall des Julian-Philipperevs, das zu den Philippinen gehört. Seine Fischer schützt es dabei mithilfe von Seemilizen und seiner Küstenwache. Natürlich sind die Anrainerstaaten des südchinesischen Meeres gegenüber China nicht untätig geblieben. Nur hat Chinas militärische Schlagkraft bisher ernsthafte Gegenmaßnahmen verhindert. Und der Rechtsweg, den zum Beispiel die Philippinen 2016 beschritten, war bisher erfolglos. Denn China erkennt die Zuständigkeit des internationalen Schiedsgerichts, das den Philippinen recht gab und China verurteilte, nicht an. Chinas Ansprüche im südchinesischen Meer sind umso problematischer, als Peking inzwischen ausländische Schiffe dazu zwingt, sich von chinesischen Schiffen begleiten zu lassen. Das verstößt gegen das Seevölkerrecht, demzufolge alle Schiffe die ausschliesslichen Wirtschaftszonen friedlich durchfahren dürfen. Das ist insofern widersprüchlich, als China seit 2015 seinen wirtschaftlichen Aufschwung gerade der freien Seefahrt verdankt. Chinesische Schiffe fahren auf allen Meeren und China ist die bedeutendste Fischfang-Nation auf hoher See, mit tausenden Schiffen in allen internationalen Gewässern. Die Kontrollwut Pekings im südchinesischen Meer beunruhigt die Länder Südostasiens, aber auch Japan und Südkorea, denn für sie ist die freie Durchfahrt durch das Meer lebenswichtig. Ein Viertel des Welthandels wird auf diesen Seewegen abgewickelt. Zur Kontrolle der Meere könnte auch die des Luftraums darüber kommen, wie sich China seit einiger Zeit im ostchinesischen Meer ausübt. Die USA haben China bereits gewarnt, dass sie keine Änderung der Aufteilung des Luftraums über dem südchinesischen Meer akzeptieren werden, aber es ist nicht sicher, wie sich die Fluggesellschaften verhalten werden. Sie haben sich bereits Pekings Forderungen gefügt, für das Überfliegen des ostchinesischen Meeres eine Genehmigung einzuholen, und manche meiden den Luftraum ganz. Die Folgen der aggressiven Haltung Pekings sind, abgesehen von den grundsätzlichen rechtlichen Fragen, die sie aufwirft, eine zunehmende militärische Präsenz. Taiwan ist mit einer Armee von 200.000 Mann am meisten vom chinesischen Expansionismus betroffen. Noch investiert es nur in die Modernisierung seiner Infrastrukturen, da eine Aufrüstung von der Volksrepublik als offensiver Schritt angesehen werden könnte. Indonesien liegt als eine weitere bedeutende Regionalmacht zwar außerhalb von Chinas neuen Striche-Linie, hat aber seine Präsenz ebenfalls ausgeweitet, vor allem bei den Natuna-Inseln mit ihren großen Erdgasreserven. Und Japan rüstet als großer Machtrivale Chinas in der Region in erheblichem Masse auf, nachdem man 2013 in Peking eine neue Karte der chinesischen Seegebiete veröffentlicht hatte. Diese umfasst die japanischen Senkaku-Inseln, von China Diaoyu genannt, womit China das regelmäßige Eindringen von Schiffen seiner Marine in japanische Gewässer rechtfertigt. Japan stellte daraufhin 2016 ein neuntes Luftwaffengeschwader auf und stationierte 2019 zwei Sicherheitseinheiten auf Amami Oshima und Miyakojima. Auch die USA sind sehr präsent in der Region und sie sind die einzige wahre Gegenmacht zu Chinas Hegemoniestreben. 50.000 US-Soldaten sind in Japan stationiert, vor allem in Yokosuka. Und die USA sind präsent auf ihrer Insel Guam. Außerdem erlaubten ihnen die Philippinen kürzlich die Einrichtung von Stützpunkten, durch die sie ihre Schlagkraft vor den Toren Chinas ausbauen können. Chinas Seemacht nimmt also auf beeindruckende Weise zu, was manche westlichen Militärstrategen beunruhigt. Ihnen zufolge sollte der Westen um jeden Preis die Oberhand auf dem Meer behalten, um China und Russland in Schach halten zu können. Und bisher beruht die Macht des Westens auf seinen Kriegsflotten, seinen Stützpunkten, seinen Besitzungen und der Kontrolle über die bedeutenden Seewege. Nur wird dem Westen nun die Vormacht durch China streitig gemacht, das sich beim Erreichen seiner Ziele wenig um das Völkerrecht kümmert. Und auch Wladimir Putin führt den Krieg gegen die Ukraine nicht nur in Donbass, sondern auch vor der Küste von Volodymyr Selenskys Land. Zum heutigen Thema empfehlen wir Geschichte des modernen China, von der Qing-Dynastie bis zur Gegenwart, von Klaus Mühlhan, erschienen bei CH Beck. Damit endet unsere heutige Ausgabe. Wir sehen uns nächste Woche wieder, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Bis dahin finden Sie uns auf arte.tv. Bis bald. 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 Bis bald.